Maßkonfektion ist nur was für wohlhabende Snops, so das gängige Vorurteil. Aber ist Massenware wirklich die bessere Alternative? Sind Anzüge von der Stange, bei der das Mode-Label preisentscheidend ist, wichtiger als Qualität, Handwerkskunst und passgenauer Sitz? Statt auf fadenscheidigen Glamour setzt Zwitala Maßkonfektion in Kalka lieber auf höchste Qualität, exakten Sitz, hochwertige Stoffe und umfassende Beratung. Abhängig von der Ausstattungslinie Starter-Line, Basic-Line oder Exclusive-Line können Anzüge und Sackhofs individuell angepasst werden. Die Starter-Line ist das Angebot für den preisbewussten Kunden, der sich dennoch individuell und passgenau kleiden möchte. Wer mehr Optionen, vor allem aber eine größere Auswahl bei den Stoffen haben will, entscheidet sich für die Basic-Line. Feinste Schurwollstoffe bis zur Qualität Super 140 stehen dabei zur Auswahl. In der Exclusive-Line bleiben keine Wünsche mehr offen. Neben einer nahezu unbegrenzten Auswahl edelster Stoffe wird Ihr Anzug unter anderem durch Hornknöpfe, durchgeknöpfte Ärmel und pikierte Reverse besonders hochwertig. Neben den individuellen Maßen werden in der Exclusive-Line auch Haltungsabweichungen berücksichtigt. So wird Ihr Anzug zum perfekten Kleidungsstück für offizielle und festliche Anlässe. Svitala Maßkonfektion ist aber nicht nur der richtige Ansprechpartner, wenn es um Maßanzüge und Sackhofs geht. Im Atelier in Kalka erhalten qualitätsbewusste Damen und Herren ebenfalls Mäntel, Hemden, Blusen, Pullover und sogar Jeans nach Maß. Damit Ihr Einkauf zum Erlebnis wird, nehmen wir uns Zeit für Sie. Zum vereinbarten Termin empfangen wir Sie gerne in der gemütlichen und freundlichen Atmosphäre unseres Ateliers. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.